Die Makita DJR 183Z. Mit der Makita Akkusäge mit 18 Volt Leistung bist du bestens ausgerüstet. Du kannst die Sägeblätter werkzeugfrei wechseln und dank des integrierten LED-Lichts in allen Lichtverhältnissen arbeiten. Der verstellbare Führungsschuh ermöglicht es dir, das Sägeblatt optimal zu nutzen. Die Säbeltsäge gehört zu den Leichtgewichten mit einem Gewicht von 1,5 bis 1,8 Kilogramm, je nach Akku. Du kannst Akkus mit 1,5 bis 6,0 Amperestunden verwenden, wobei höhere Amperestunden längere Betriebszeiten pro Ladung bieten. Trotz des geringen Gewichts arbeitet die Säge leise mit nur 76 Dezibel. Bei einem Winkel von 90 Grad schneidet die Makita Säbelsäge Rohre und Holz bis zu 50 Millimetern Tiefe. Beachte, dass das Ladegerät separat erworben werden muss, es sei denn, du besitzt bereits kompatible 18 Volt Li-Ionen-Akkus von Makita. Diese Akkus sind vielseitig einsetzbar. Alternativ kannst du das Makita Power Source Kit nutzen, um sofort loszulegen oder das separate Schnellladegerät DC18RC von Makita, das bis zu zwei Akkus gleichzeitig aufladen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Makita DJR 183Z Säbelsäge mit ihrer starken Leistung, Leichtbauweise und Vielseitigkeit eine ausgezeichnete Wahl ist. Denke daran, das passende Ladegerät oder Akkus zu berücksichtigen, je nach Bedarf. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.